Hallo zusammen, da sind wir wieder in Darker Lines, da battelt jedes Mull zwischen neuer Kerl. Irgendwann weg, wo der mich nicht sieht. Kati, wo der dich nicht sieht. Aha, okay, pass auf. Was haben wir gemacht gehabt, die Maske des Kilwin Act 1 müsste jetzt erledigt sein, oder nicht? Doch, ich glaube schon. Wo habe ich denn jetzt, ich habe zwar noch einmal das mit dem Bierkrüge ab dem ersten Gebiet gemacht, aber wo habe ich, wieso habe ich jetzt drei Attributspunkte, wo habe ich denn die her? Keine Ahnung. Jetzt habe ich nur Ausrüstung gekriegt, den Köcher des Tundra-Forschers. Brauche ich denn, ne? Das war aus dem, oder war das 100? Ja, ich glaube ja. Brauche ich auch, ne? Das bringt halt nichts, wenn du so Sachen als vorher machst. Ich habe zwar jetzt den Ring gekriegt, den legendären Ring, aber das Einzige ist Elementarresistenz und kritischer Trefferschaden, das geht in die Hehe. Das geht aber Rüstung ohne, ne? Ja. Gehe über den durch. Dann habe ich ja alles. Gut, wenn ich dann vielleicht hoch ist, könnte man vielleicht was draus machen. Ah ja, gut, das ist jetzt auch nicht so tragisch, oder? Mal gucken, ich weiß es noch nicht, aber jetzt vielleicht nicht. Ich mache jetzt mal hier. Ja. Und zwar, das verringert die Abklingenzeit, das ist vielleicht nicht schlecht. Das könnte man, das könnte man in eine neue hauen. Und Konstitution. Und die Trefferpunkte. Ah, besser die elementaren Zustandsweise, verbessert die Resistenz gegen Elementar. Auf jeden Fall, da wische ich in eine neue. Da kenne ich nichts. Da wische ich auch in eine neue. Und hier. Die zunehmende Geschicklichkeit. Widerstandskraft. Was ist denn das so eigentlich? Charisma. Die Auflader der Ultima. Na-Effekt-Radius. Da wische ich da noch in eine neue. Passiert ganz gut. Aber was bin ich jetzt? Stufe 12 erst? Ach, das ist blöd. Mach nichts. Kann vorkommen. So, dann Kampfoptionen. Kostgeld. Habe ich was überhaupt? So. Ähm. Das ist noch, brauchen wir Stufe 15. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da habe ich alles, vorne. Nach hinten RT. Ruckwärts Rollenschuss. Oh, das muss ich mal aufschreiben. Das weiß ich schon. Wenn ich da noch ein Spiel rum darf. Nach hinten. Katibri schießt drei Pfeile nach vorne. Und führt eine elegante Rolle rückwärts aus. Während der Dauer ist sie unverwundbar. Aha. Also nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Ja, was weiß ich. Rückwärts Rollenschuss. Mach ich. Schreibe ich da einfach auf den Zettel. Ja, aber nicht auf den. Doch. Wieso, ne? Ach, da steht die Info. Naja. Ja. Rollenschuss. Nach hinten. Back. Schreibe ich back. Ne, wenn ich back schreibe. Was ich mehr hin. Ich habe nach hinten geschrieben. Fertig. Sorg genug. Also da konnte ich nicht mal. Talente. Habe ich wahrscheinlich. noch eins kennen. Im Moment. Ich geh mal mal drauf. Ne. Talentpunkt? Da habe ich gar keine. Das ist ja auch seltsam. Oder? Komisch. Wieso. Wolltest du ja jetzt keinen Talentpunkt geben? Naja. Was wolltest. Tagebuch. Wolltest. Geh mal ein bisschen Geld aus. Beim Händler. Beim Williball. Was habe ich gesagt gehabt? Der Ring. Der Ring des Schreckens. Das ist alles auf drei. Ja. Ich gucke. Was kostet das? Was? Was? Dann. 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 Komm. Komm. Scheißt auf die Rüstung. Ja. Verbessert sich aber doch immer wieder. Das konnte ich schon noch ein bisschen was machen. Ach. Shiny. So. Fertig. Aus. Aus. Die Maus. Ja. Schau. 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 Ack. Das wird nicht mehr weg. Hör. Du mit ja. Zack. Hehe. He. Wunderbar. So losse'mas. Dann würde ich sagen. Auf geht's. Genug gebabbelt. Wir müssten wir jetzt Kelvins Leiste. Akt 2. Die Maske des Kelvins, Akt auswählen. Das haben wir ja alle schon gelesen. Uttar suchte nach der Maske von Kelvin. Er glaubte, dass das Artefakt... Ah, das ist das Artefakt des Vorfassers. Drei Uhr-Symbole, das dauert einweil wieder. Wahrscheinlich auf dreimal mal. Nützt aber nix, ne? Ich versuch's mal auf Lampion. Guck mal, was es da gibt. Gold. Gold unterscheidet mich eigentlich nicht. Wie auf XP. Legende. Achso, so weiß ich noch nicht. Das wäre mal ein Versuch wert zu sagen. Man geht auf Legende neu. Ne, man geht auf der höchsten Stufe, sag ich mal neu, in ein Gebiet, wo man schon war. Und einfach durchlaufen. Alles einsammeln und lass die einfach links liegen. Oh, da, warte mal. Lass die alle links liegen und laufst durch, wenn du dich ein bisschen auskennst. Gibt ja auch ein paar Level, wo nicht so viel ist. Da ist nur ein Ur-Symbol. Könnte man da mal, oder? Ne, allergut, auch nicht. So, die Maske, die zerstörte Stadt. So, Olle, guck, ist was da? Nö. Auf geht's. Was ist denn du, was ist denn jetzt, he? Also, Licht. Kristalle. Magische Kristalle. Oh, guck mal durch. Oh, ich wäre bei einer neu geladen. So. Hopp hoch. Schnell. Hallo. Schnell ist was anderes. Was ist denn das für ihr? Gift. Achso. Das habe ich mal verwechselt mit, dass ich das zerstören müsste. Mit irgendwas, ich weiß es nicht. Was habe ich denn da jetzt holen? Hä? Was gibt's das? Oder geht's da irgendwo? Moment, hol das da. Hast du jetzt was eingesammelt? Verlauter. Warten wir das an. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe aber gar nicht von meinem Tee genug. Ja, das ist ziemlich hell, das Bild jetzt durch diese ganzen Kristalle. Oh. Ja, da ich ja eh aufteilen muss. Ich weiß es eh eh aufteilen muss. Damit könnte ich mir ja ein bisschen zeitloser, oder? Ich weiß es gar nicht gesehen, was gibt es denn eigentlich? Besiegenden zappelnden Zapo. כ�. Zerstöre die giftigen Trollsäcke. Ach, das war gut, deswegen. Jetzt macht es Sinn. Trollsäcke, Äsche, Lese. Und den Eingang zur zerstörten Stadt erreichen. Ah, Lese, das ist was. Und wieder die Labersäcke. Die treiben sich überall rum, die Viecher. Wow. Rast zu lang, Rast gemacht, hier, wahrscheinlich. Wie sind denn das? Da, das ist eine Luke, Luke in der Nähe. Ah, gucken wir mal. Hä? Gewöhnliche Kristalle gibt's auf dem Level, da brauchen wir nicht mehr weiterspiele, oder? Ohohoho, nee, oder? Ach du Scheiße. Nee, Freunde. Jetzt wird er was auf der Lese. You looking for me? You looking for me? Oh, da ist ein Marge dabei. Nicht gut. You looking for me? Ach, ich habe gar keine Schale bei dem Heunen. Wow, spinne du. Oh, winne du, spinne du. Ohoho, du Scheiße, Freunde. Ich glaube, das muss ich nochmal aufhören. Du Scheiße, guck da mal nicht aufhören. Wow! Sag mal, gibt's das? Meine Fresse. Oh, und wo ist denn das Schild jetzt? Wow! Da Bschede. Ah, da auch ich. Ich hau da einen hin, ne? Pass her. Nein, 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 nein. So, die, dort, die, boah. Zwei haben wir von 20, Freunde. Wenn 20 da steht, dann kannst du dich drauf anlose. Das wird episch. Epischer geht's gar nicht mehr. Alter, reicht's? Nix dabei? Okay, dann zurück. Ach, Scheiße. Hätte vorher ausdauern müssen. Weht halt vorher nie. Du konntest nur auf gut klicken und dann macht's falsch und dann ist auch nix. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Ah, das ist so Fluchbarriere wieder, oder? Die haben wir jetzt gerade schon bei Ausgeschaltet. Und da steht eine einsame Boy-Man. Hm. Okay, okay. Hä? Ah, Teleporter. Auf geht's. Aha. Moment, Moment, Moment. Fluch. Das ist übel. Achtung, wie der Ausdauer. Gewöhnliche Küche. Boah. Nehme zu hoch, ne? Uff. Das. Nehme jetzt echt hoch. Der Patch muss da einiges bewirkt haben. Und was haben wir da jetzt? Ach so, nur damit wir da dann das Teil äussammeln konnten. Denk, was weiß ich. Ah, wir sind am Eingang der zerstörten Stadt. Das wird unser erster Rastpunkt sein. Also wie ich das erste Gebiet nochmal durchspielt habe, habe ich keinen Rastpunkt genommen. Und habe ich gedacht, was gibt es denn so als Belohnung? Und ich wüsste jetzt nicht, was ist gewählt. Achtung, guck mal. Oha, er hat uns bemerkt. Ich wüsse ich mich mit der Nullfalle. Neh, was? Außer wegen, wenn ich einen Rastplatz will. Ah, wie geil. Ne Ausdauerprobleme, ne? Obwohl, dein Rastpunkt reicht es gar nicht. Wie war das jetzt? Oh oh. Warte mal kurz, wie war das jetzt? Passe nach hinten. Schluck, ne? Oh, du dummes Arsch, ne? Oh ja, du dummes muss ich gerade sagen. So. Ach komm. Ne, von mir. Der kommt, der konnte verhungern, wenn er will. Das gebe ich mal nicht jetzt. Ausdauer. Ausdauer-Tronken, oi. Jo. Naja. Was soll's? Gut. Oh. I see you later, Alligator. Okay. Oh, die Trolle. Au, Eis. Nicht gut. Warte mal. Die haben so fiese Tricks drauf. Mit Eis und was weiß ich. Oh, was hat? What's that? Warte mal, du musst was da. Die müssen wir wahrscheinlich machen. Entschuldigung, ich kriege mal die Barriere nicht geöffnet. Hallo, again. Wo geht's denn Dole hier? Flick der Scheiße. I see you there, Baddies. Moin. Dole will Schnee. So, wir kommen da, oder? Ja. Da geht's also mehrere Wege. Oh, das ist... Na? Freundliche Überraschung. Vier Stieger noch. Achtung, wenn die alle Vieren werfen, dann wird's eng in der Kiste. Ist da noch irgendwo was? Weil da oben noch... Achtung, guck mal. Weiter geht's. Adeltraut. Lass dich nicht von denen bei euch rücken. Ja, das sieht komisch aus. Oh, der haut gar nichts. War nichts gemerkt, jetzt. Lieber nur einen Schuss, ford das. Sind da Kumpels? Da muss er... Ach, die heile sich ja wieder. Ach, nee. Ach, genau. Das kann extrem übel sein. Warte mal, alle Vier, oder? Da hat man nix anders. Über jeden hofer, dass er sich nicht zu schnell heile. Ich will es auch nicht. Ich stricke auf den Stieg und die Hilde gerade bewegt sich nicht. Weiter. Der hat mit Sicherheit schon ein bisschen... Der hat auch mit irgendwas angehoben, wahrscheinlich. Ach, das wäre Hammer. Oh, das darf ich nicht machen, jetzt. Der hat mit dem Kämpfer... Oh, 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 oh. Rennen wir auch so rum. Oder ich nicht, also die... Evelyn? Hä? Hä? Wo gu... Ach, komm, Freunde. Ach, das ist doch nicht normal. Scheiße. Ah. Wird jetzt aber nichts gebrochen. Ich muss den Sound nehmen. Oh, jetzt haben wir auch noch Eis abgekriegt. Jo, ich hab Frost abgekriegt. Frost hier. Sie abklingt, sei. Abwarte. Da ist er. Wo guckt denn der jetzt, der Bett? Boah, komm, Freunde. Das gibt's doch nicht, ja. Was könnte ich denn machen jetzt, dass die mir... Dass die ich die wegkriege? Glaub ich, irgendwas Interessantes? Ja, da steht ja leider nicht da drin, von der Deppe. Weg. Will du grad laufst? Dreh dich doch nicht die, das musst du, das brauchst du, ne? Oh ja, gut, das konnte ich auf das mal, tübsch. Keiner Mist mal habe, oder? Haben aber eine Reichweite, ja. Und sich grad da... Das wird ein Geduldsspiel, wie der Mensch. Oh, der Lark was? Oh, der Rutsch da aus, da war beim Rutschen, ne? Boah, jetzt geht es wieder los. Oh, f*** ich. Gibt's das? Oh, die haben was dabei. Was, was grün, ne? Das ungewöhnlich ist ungewöhnlich. So, da können wir das holen. Oh, da können wir nicht hoch. Da kannst du nicht hoch, ne? Sibylle. Ach, der nehm ich jetzt. Der grad egal. Ich weiß, dass du es zwar nicht weit wär, aber... Ich bin natürlich schon nicht glücklich. Ich hab's nicht alle. So. Moment, was ist das? Ja. Natürlich, und das war schon das Angewöhnliche. Ach so, den Stein, den könnte man brauchen. Ein Buch, das brauchen wir auch, falls man... in den kalten Winternächten mal was lesen will. So, jetzt haben wir das. Und langsam. So, jetzt weiter. Und hier. Oh, oh. Was war denn das? Was ist denn das? Haben wir doch gestorben. Was ist denn das? Oh, oh. Oh, oh. Ist auch was da über die Truhe. Dann machen wir das erst, komm. Oh, oh. Pff. War knapp. Achtung, drei Heildränge. Gewöhnlicher, ungewöhnlicher Ring. Oh, nix. Oh. Lass es. Das haben sie ein bisschen weit ausgewählt, oder? Von der Säule. Dann dürfte hier noch was liegen. Oh, da drinnen drüber oder sowas. Oh, Eis. Nein, nein. Wo ist denn das Schwert? Heiße Schwert. So ist es. Oh, das wird episch jetzt. Schnell. Schnell. Okay, Alchemistenfeuer. Und dann da oben müsste er aber rumhängen. Warte, warte, warte. Ja. Gold. Viel Gold. So ist es. Deswegen, wenn sie mal herkommen. Bonusbelohnung abholen. Selten, ne? Ich muss wissen, wo die Legendären sind. Die Legendären, das Legendäre Loot haben die vergraben. Ich weiß aber nicht, wo. Vielleicht mit dem höheren Level oder so. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann müsste es theoretisch hier weitergehen. Aber das finde ich gut gelöst. Mit dem Telepocker. Au. Zu spät. Ich tausche mal was. Ich gucke mir das mal an. Ist irgendwas Interessantes? Wenn man nicht laufet, wenn man nicht laufet, ist er so weiter. Eigentlich ist es nicht, oder? Da steht ein Grünling. Der steht gut. Könnte man fragen, ob man ihn in die Luft springen darf. Zappelnde Zappo. Ah, das ist der. Intruders. Ich gucke mir die Reutung, oder? Ne, die können nicht. Da hinten ist aber auch noch was. Komm mal denn da neu. Hey, wo kommst du denn da jetzt? Gebt mir ihr Target. Ist hier noch so ein Platz? Oh oh. Oh, we got a finster, oder? Ja. Ja, der kommt da doch raus, ja. Zappo, der zappelnde. Hopp. Wenn du schon so weit laufst, dann komm hier ans Fass. Da ist was legales. Ach, kämpf. Ach, ich scheiße da auch noch. Komm da rüber. Warte mal. Ich gucke gerade mal, ob ich da unter Umständen... Oh, da kann ich nicht weiter. Die Jungs, wenn ich jetzt die totale Abwehr hätte. Au, sorry. Hab ich damit nicht gepasst. Jetzt können wir die alle zureden, ja. Au, Gold. Der zappelnde Zappo. Gute, oh, lauf mir denn rein. Au. Ungewöhnlich, gell? Was liegt denn da hier? Nichts. Er macht das ziemlich oft, oh, ja. Oh, da kriegt er war Schade. Nicht doch Neu-Tabber. Die können Neu-Tabber, natürlich. Aber du, nein. Ich hätte sehr gerne neu gelockt. Ich weiß aber nicht wie. Könnte ich was anderes machen? Aber wie das dumm zeigt, was ich dann mache. Und der Longe lauft nicht neu her. Ach doch, eben. Bist du? Der zappelnde Zappo. Hatte man den Hammer gleich. Oh. Oh, jemand hat den Großen verwischt, oder? Oh, ne, der hat mich verwischt. Scheiße, Beinung. Weg hier. Schlickische Trinke. Oh, und wieder nicht. Ah, wie ich das hatte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man den besiegen muss, oder? Ach, jetzt lade ich auch noch ins Gift neu. Wegen dem scheiß Kücher. Ich weiß, wenn ich keine Ausdauer hätte, hätte ich ja nichts sagen. Aber, ich habe ja Ausdauer. Und trotzdem zieht sie nicht jeden Pfeil auf. Warte mal. Könnte ich den vielleicht da her lösen? Nee, das schafft er nicht. Warte mal. Warte mal, ich gehe mal da her. Ich hole mal den kleinen Weg, der stört mich jetzt. Wie ist denn dein Name? So, und jetzt da her. So, vielleicht. Und dann doch nach rechts ausweichen. So, jetzt. Ah. Gut. Das ist das. Was ist das? Dann machen wir das nochmal hier. Ja, aber der ist ein bisschen schade. Er kriegt nicht viel, aber er ist ja ein Großer. Und die Großen kriegen nicht so viel Schade. Wenn ich da nicht Ballenbogen aufbogen kriege, kriege ich dir mehr Schade mal. Ich brauche immer 15 Minuten, bis ich so einer weggeputzt habe. Ja, mach was. Nicht einfach dumm durchstehen. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Wow, wow, wow. 1106. Ich bin schon da. Er steht wieder drin in der Prispré. Du kriegst ja zu wieder nicht. Er bleibt aber auch nicht lang drin. Ich weiß auch nicht. Stimmt doch auch nicht mit dem. Er will dich zerquetschen wie ein Wurm. Kati. Noch einmal los. Schaut. Willkommen dann nochmal. Hä? Ach komm. Er steht noch drin. Okay. Das war's. Fertig. Jetzt haben wir einen kurzen Rast verfügbar. Ich weiß zwar nicht wo. Ja. Ja. Ziemlich weit. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und schauen was da rumliegt. Und dann mache ich mal den ersten Cut. Weil wir haben schon wieder vier, dreißig Minuten. Was gibt's? Zehn von den Trollsäcken habe ich. Das müsste eigentlich dann die Mitte sein in etwa. Oh was liegt denn da? Oha. Das brauchen wir. Das ist also nicht Nässerlische Speisestein oder Speisereis. Das ist noch einer. Das ist irgendwas wo wir einnehmen müssen, ne? Da haben wir gerastet. Jetzt kann ja das Loot kommen. Gewöhnliche Beinschienen. Aufrunde, so langsam kriege ich Grause her. Ja, das habe ich mal dreiviertel gedenkt. Naja. Was soll's? Nicht jammern. So, ich mache euch mal einen Cut, Freunde. Wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht, im Zweiter Akt. Macht's hier, bis denn her.